Kann ich mal ein bisschen ... Wenn ich den Bleiben habe, sagst du einfach, dass du wirklich am Anfang so verbürzt hast, dass du mit bist und gehst mit ihm so einmal durch Du gibst ihm jedes Mal, wenn er mitgeht, du lässt genug Abstand zu den anderen Hunden, dass er sie nicht verbringt Und tust ihn so einmal durch, genau, gut Dann lass ihn nicht nach unten in ihr mitgehen Leg dich Gut Dann wollte ich mich in den Weltmarm aufzufangen, so wie jetzt, gebe ich Platz 6 Super Und dann kommt sofort Leg dich Beim Platz gehen, macht die Knie Die Hunde so runter, dass die Hand so ist Leg dich Sobald er unten liegt, brech die Hand um, er kriegt die Knie Und wenn er das schon öfter kann, kannst du einfach mal um den Schiedsplatz zu ziehen Komm immer weiter mit dir Im Jahr Mittal уст Die Hunde Die Hunde